hallo meine einhörner und herzlich willkommen zurück zu einer neuen rubrik bei mir let's talk heute mit dem angry vogel guten tag ich freue mich hier sein zu dürfen immer wieder gern ich hab mir jetzt gedacht wir machen einfach mal eine neue rubrik hier bloons tower defense 5 bietet sich ja dazu an einfach mal ein bisschen irgendwie nebenbei so ein kleines tower defense was weiß ich und einfach ein paar leute einladen und mit denen über irgendwelche alltäglichen dinge quatschen genau das ist quasi das idee dahinter haben wir ein bestimmtes thema ich habe mir eigentlich jetzt gar noch keins überlegt ich habe heute wo ich in arbeit gefahren bin ganz ehrlich habe ich mich mal wieder über was aufgeregt und zwar das wetter in deutschland okay weißt du hast radio man kann hier mal werbung für bayern 3 machen ich höre quasi radio wenn ich vor allem arbeit und denke mir so ja kommt wieder weihnachtsmusik und du denkst du ja am sonntag hat es so extrem gescheit bei uns jetzt bevor wir hier jetzt müssen wir erstmal schnell starten muss ich erst mal die box aufmachen geil ich hab drei bananen im bau bekommen jetzt pass auf jetzt gehen wir hier auf koop und dann gehen wir einfach auf privates spiel erstellen genau du bist dann quasi auf ich glaube ich einfach ein so machen wir das ja ich würde mal sagen wir zocken lässt es ist es schaut ziemlich cool aus so spielen freunde einladen dann haben wir doch hier den moment na jedenfalls mitspielen weißt du fast in der arbeit auf der autobahn denkste ja weihnachts wieder ich meine es ist heute vierzehnte das video kommt am fünfzehnten raus am sonntag hat es ja ewig lang also ewig heftig geschnallt bei uns was ja so für dezember jetzt nicht unbedingt schlecht ist aber bekommt man ganz kurz wie kommen die ballons die kommen bei mir gehen dann über diese efeu ranke und dann unten wieder raus Also die gehen einmal komplett durch, durch dieses Blblblblbl. Ah ja, okay, schauen wir mal. Und jedenfalls, denke ich mal so, Weihnachtslieder, es ist ja in Ordnung, ich bin kein Fan davon. Aber du schaust raus, am Sonntag hat es geschneit wie die Sau und was ist dann bei uns wieder? Nee, die Tage darauf muss ja regnen, warum kann es nicht einfach eiskalt sein, damit der Schnee liegen bleibt? Ich meine, auf der Straße brauche ich den Schnee, weil da finde ich ihn scheiße zum Autofahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist es auch, ja. Das ist kacke. Aber warum kannst du nicht einfach so kalt bleiben, dass dir in der Landschaft liegen bleibt, dieser scheiß Schnee? Du musst auch bedenken, aber viele Leute mögen keinen Schnee. Ja, aber es... Also vor allem, wenn dann wieder Blitzeis ist oder so, ist meistens nicht so cool. Nee, das meine ich ja. Und dann, was ist bei uns wieder? Es regnet dann und ist warm. Oder eiskalt und regnet. Dann ist wieder Eis, aber der Schnee ist ja trotzdem weg, weil es regnet. Ja. Das regt mich einfach total auf, weil du schaust dann raus, es läuft Weihnachtsmusik im Radio und du denkst so, ja geil, in zehn Tagen ist Weihnachten und du schaust raus, alles ist grau, braun, matschig und tot. Und du denkst so, boah, geil, Weihnachten, ja, alles ist braun, matschig und tot draußen, ja. Ja, ich glaub, zu Weihnachten wird wahrscheinlich eh kein Schnee mehr liegen. Ganz ehrlich, wann haben wir das letzte Mal weiße Weihnachten gehabt? Ja. Ja, ich könnte mich nicht mehr dran erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wahrscheinlich auch schon wirklich schon ein bisschen eher, aber mir ist letztens bloß eben wieder aufgefallen, als es wirklich angefangen hat zu schneien und ich musste dann Auto fahren. Okay. War nicht cool. Also ich war auf dem Weg in die Stadt und auf dem Weg in die Stadt waren schon drei Unfälle. Okay. Und ich selber bin halt einmal dann an der Ampel gestanden und wollte losfahren und mein Auto hat es dann nicht mehr erterpackt. Wollte um die Ecke fahren und ist Heck ausgebrochen, alles. Also ich konnte es nicht mal mehr richtig steuern. Okay. Es ist dann auch nicht so cool. Naja. Ich muss dich jetzt gerade, bloß ich sehe nämlich gerade im Discord, dass wenn du redest, die Leiste ziemlich weit noch umgeht. Ich muss dich jetzt mal gucken, wo wir mal kurz... Im Discord? Nee, nein, äh, nicht im Discord, im OBS. Entschuldigung. Bin ich zu laut? Äh, nee, pass auf, ich schraube jetzt einfach TeamSpeak schnell runter und dann passt das wieder. Wir spielen ja auf Mittel, ach schön. Ja, dass man ein bisschen Punkte gibt, oder? Hätte jetzt ich gemeint. Ja, ist okay. So, jetzt glaube ich, ist das auch angenehmer. Tut mir leid, für alle Zuschauer, die, ähm, sich aufgeweckt haben. Mit meiner lauten Stimme. Seid ihr noch wach? Ja! Nee, aber das ist halt, ich weiß es halt. Und dann, wo ich heute, ich bin ja die Woche in Ingolstadt gewesen, ne? Mhm. Und heute in der Früh auch wieder und du fährst auf der Autobahn und es gibt einfach den Schneeregen und Sturmböen auf Doom. Wir sind alle mit 50 dahin gefahren, ne? Und du hast nichts zu sehen. Nichts. Das ist dann einmal so schlimm. Weißt, du hast, äh, den, den Firmenwagen, also den Transit und du fährst und du stellst diesen Scheibenwischer auf die, auf der höchsten Stufe, ne? Es bringt einfach nichts, das wäre genauso, wie wenn ich mich, wenn ich den NetEig schalten gehabt hätte. Also, ah, brutal teilweise. Ja, aber, naja, gut. Gehört halt dazu im Winter, ne? Ja. Aber jetzt haben wir das wieder das Problem, dass, ähm, es hier jetzt wieder zu warm wird. Richtig. Ich hab bloß im Radio gehört, dass eben wirklich jetzt wieder Plusgrade geben soll. Es hat doch jetzt, warte mal, wann? Am Dienstag, glaube ich, hat es sogar 13 Grad geben. Hm, ja, kann sein. Ja. Also, es ist... Und jetzt wieder 13 Grad, also. Ja, also, das ist teilweise schon extrem, wenn man so überlegt. Ja. Aber, naja, was will man machen? Richtig, ähm, Winter gibt's dann eh erst mit dem Januar. Also, ich denke, jetzt mal bis Weihnachten gibt's jetzt wahrscheinlich eh nichts mehr. Ich glaub's auch nicht. Am coolsten war das, äh... Für die Schneegebiete, also für die Skigebiete, war's jetzt ganz gut eigentlich. Das stimmt, ja. Da, die haben ja, ähm, einen sehr guten Saisonstart jetzt durch den ganzen Schnee und so. Stimmt. Obwohl ich sagen muss, dass, also ich, die meisten, die ich kenn, die so zum Skifahren gehen, ähm, die werden auch jetzt immer so zu den Osterferien oder was aktiv. Okay. Ja. Ja, ich weiß nicht, also, bei mir, ich kenn viele Leute, die halt jetzt auch schon im Winter gern zum Skifahren fahren, weil sie da eh Urlaub haben. Ja, sicher. Und, ähm, wenn's dann, weißt du, schon Skigebiete jetzt so ohne Kunstschnee und so auskommt, das für die halt auch ganz gut. Ja, sicher. Ja, es ist ja für die Umwelt besser, wenn's nicht immer so viel diesen ganzen Pulverschnee, ich mein, der muss ja auch hergestellt werden und so, ne? Ach, freust du dich wundest, wo du mich da so viele, ähm, ähm, Dartmonkeys hinstellen? Mhm. Ähm, du kannst doch, äh, welches Level bist denn du, äh, 1 oder sowas, ne? Du hast es dir jetzt kaufen. Ich bin jetzt Rang 10. Naja. Steht hier. Und du hast quasi, du kriegst ja für so Missionen und so kriegst du ja so diese Affen-Dollar oder was das sein soll, ne? Ja. Und du kannst dir davon quasi, ähm, hergehen und kaufst dir so diese, irgend so eine Baumeisterhütte oder was das ist und da gibt's viele verschiedene. Mhm. Und da bin ich hergegangen und hab jetzt als allererstes die für den Wurfaffen eben komplett hoch, also es gibt vier Stufen und auf der dritten Stufe kriegst du alle 10 Runden quasi einen Dartmonkey umsonst. Oh, okay, das ist cool. Aber du brauchst halt, also du brauchst, äh, 500, dass du die erstmal freischaltest oder 250 oder sowas und dann brauchst du jeweils wieder 500 für die nächste Stufe, also du brauchst insgesamt 2.000, dass du das erstmal hast, aber das rentiert sich auf jeden Fall, finde ich, weil, siehst du, weil das sind halt auch, ja, so viel jetzt nicht, aber für den Anfang ist es ziemlich gut, wenn du die halt einfach kostenlos hinstellen kannst. Ja. So, die, hä? Die, lol. Flo? Äh, ja? Deine Verbindung ist irgendwie abbrochen zu mir. Echt? Die Verbindung zu deinem Verbündeten ist abgebrochen, möchtest du alleine fortfahren, du wirst keine Co-op-Belohnung erhalten. Okay. Nein, ich will nicht alleine fortfahren. Bei mir letzt hat's auch gerade, aber ich weiß nicht warum. Irgendwie hat's deine Verbindung oder was abgerissen. Ich weiß jetzt, ich weiß nicht, kann ich danach wieder, ähm, joinen oder...? Ja, da bist du dann raus. Oh, blöd. Ja, jetzt schau einfach, machen wir einfach ein neues. Dann kann ich hier mal kurz den Leuten zeigen, was ich eben gesagt habe. Das ist quasi eben... Oder wenn du... Du hast doch hier diesen großen Tempel mit diesem komischen Postboten-Affen. Ja. Ne? Und dann hast du unten, unten rechts im Eck, hast du deine Truhe unten. Ja. Genau. Und oben, über deiner Truhe, musst du zu einem Bauplatz bei dir sein. Ja, genau. Genau. Und da kannst du eben diese Spezial-Dinger da kaufen. Ah ja. Ah, die Reisnickel Forschungszentrum. Ja, genau. Und dann gibt es eben dieses Wurfpfeil-Trainings-Area und da auf der dritten Stufe ein Wurfpfeil auch für gratis zu Beginn und danach alle zehn Runden. Und auf der Stufe 4 sind halt die Pfeile auch ein Explosiv, heißt die machen eingefrorene und diese... diese Bleibüben auch kaputt. Ah ja, interessant. Das heißt, es wird dann wesentlich stärker. Ich finde auch, ich finde auch das ganz hinten ist das... Ähm, diese Villa vom Supermonkey. Oder ja, das Super-Affen-Versteck. Aber das kostet zweieinhalb Tausend, dass du das freischaltest, ne? Mhm, ja. Ja, lapp mal nochmal ein. Äh, ja. Ich mach einen neuen Raum. Wir sind jetzt Rang 11 gerade geworden. Ich finde aber komisch, dass... Keine Ahnung, warum es jetzt passiert ist. Äh, dann nehmen wir jetzt einfach eine andere, jetzt pass auf. Und jetzt sind wir bei 12 Minuten, also da ein Level, das sollte man schön hinkriegen. Okay. Na ja. Der Verschneitiger. Ach, schön. Ja, dass wir Bilex das hier ein bisschen schneller haben. Und vor allem ist es mit diesen Münzen, du kriegst ja auch Münzen immer, wenn du Level abschließt, ne? Ähm, okay, wusste ich nicht. Na ja, kriegst du Goldmünzen und viele Goldmünzen kannst du dann auch immer wieder Verbesserungen kaufen. Ich habe zum Beispiel halt, also wir starten anstatt mit 150 Leben mit 170, wie du oben siehst. Weil da habe ich zum Beispiel so ein Startleben mehr und ich habe ein bisschen mehr Startgold und lauter so Zeug. Bessere Angriffsgeschwindigkeit und das kannst du alles mit diesen Goldmünzen dann eben nach und nach kaufen. Du kannst dir aber auch für diese, äh, Monkey Dollar kannst du dir auch so ein Münzenpaket kaufen. Ja, aber das ist ja dann mit, ähm, Echtjährung, oder? Ne, ne, diese Monkey Dollar, das ist, wenn du Quests abschließt. Ah ja. Du hast ja immer drei so Daily Quests und da kannst du halt auch Geld dafür kriegen. Und du kriegst ja eben, wenn du ein Level abschließt, jetzt auf Mittel 250, also hier zum Beispiel jetzt 250 Monkey Dollar. Also, also ich wüsste jetzt nämlich auch nicht, dass du hier bei Blue Star Defense, ähm, Geld auflaufen könntest. Weiß nicht. Ich spüre es schon. Ganz ehrlich, das wäre echt ganz schön schwachsinnig, muss ich sagen. Ja. Äh, was haben wir denn hier eigentlich? Was haben wir denn hier eigentlich? Huh? Die Reisnägel. Die ist schon wieder abgebrochen, was ist denn das? Hey? Ich habe aber nichts gemacht. Ich auch nicht. Das ist ja hier schon wieder. Grandios. Holy crap. Komisch. Ich mach die Starts mal komplett neu auch. Okay, jetzt kann ich. Weil du hast ja quasi, ähm, ja, wir machen jetzt einfach, ich zeig dir das jetzt ein bisschen hier so, und ich würde sagen, wir machen dann auch einfach eine Runde. Dann machen wir jetzt hier einfach so ein Einführung-Ding. Ähm, du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt auf dieses, äh, Forschungslabor drauf gehst, dann siehst du eben oben rechts dann deine Goldmünzen. Ja. Und in der Mitte siehst du halt dann eben diese Dinger, was du dir da alles so kaufen kannst. Also zum Beispiel größere Blutensabotage, dass dann die, ähm, Zeppeliner schon ein bisschen kaputt ankommen und lauter so Zeug. Ja, aber da hab ich noch keine Münzen jetzt dafür. Naja, und du hast da zu, äh, und oben links im Eck hast du dann eben diesen, ja, Einkaufsladen. Da kannst du dann, also du kannst was mit Geld kaufen, aber bloß Skins. Ah ja. Also hier zum Beispiel so ein Dartmonkey mit einer Ritterrüstung kaufen für 1,99. Also hier zum Beispiel so ein Dartmonkey mit einer Ritterrüstung haben, wo du dann auch mit einer Ritterrüstung schaust. Also hier kann man seine Türme angucken. Genau, da siehst du wie weit deine, genau da siehst du wie weit deine ganzen Türme schon fortgeschritten sind. Also ich habe ziemlich alle auf der höchsten Stufe, bloß man hat es gerade gesehen, ich habe zum Beispiel diesen, ähm, diesen Affenpionier, den habe ich auf Stufe 1, auf allen beiden, also links und rechts. Das Affenboot habe ich bloß links auf der ersten Stufe, weil ich das einfach nie hernehme, die zwei Dinge. Mhm. Aber das hast du auch noch alles gar nicht, ne? Ne, ne. Es gibt zum Beispiel, was, ähm, was es beim, äh, auf Ninja Kiefe nicht gegeben hat, ist dieser Hubschrauberpilot. Okay. Da setzt du quasi, ähm, auf die, auf das Spielfeld, setzt du so ein, ja, so, so ein Viereck, das ist halt auch eine Landestation für den Helikopter, und wenn du den dann hochgelevelt hast, also am Anfang folgt der deiner Maus, und den kannst du dann quasi einstellen, dass der, das musst du aber erst hochleveln dafür, und dann verfolgt er quasi immer den vordersten Blumen und feuert dann in so einem Strahl, also mit Maschinenwehr auf die ganzen Blums. Mhm, der ist also eigentlich ziemlich gut. Ja, der ist ziemlich cool, ja. Aber kostet ziemlich viel, also der, glaube ich, der kostet zum Bauen 800 und dem seine, im ganzen Upgrades sind auch ziemlich teuer. Mhm. Genau, äh, unten links, dieser Pavillon mit diesem Affen mit Sonnenbrille. Ja, genau. Da hast du dann quasi deine ganzen, genau, dann sind deine ganzen Special Agents wieder drin. Und die kannst du halt eben auch bei den Daily Quests bekommen. Und je nachdem, wie oft du die halt einsetzt, hier zum Beispiel bei dieser Stammeschildkröte, wenn du die 50 Mal halt eingesetzt hast, ähm, wird die dauerhaft stärker. Ah ja. Dann ist die halt auch Profi und hier halt überall, da siehst du immer unten die Leiste, was da drin steht. Und wenn die voll ist, sind die quasi stärker. Mal, ich sage einmal so, wenn du ja die hinsetzt, bring bis Runde 10 was, danach sind die eigentlich sowas von useless. Gibt's den, den Bären mit, äh, ah ja, genau, hier, der Bienenzüchter. Ja, da habe ich auch einen. Bester. Da habe ich einen, da hat es letztens eine Quest dafür gegeben, aber da habe ich leider geschlafen. Ich muss mal gucken, was ich zurzeit, ähm, jetzt pass mal auf. Ich habe, lass 10.000 Bloons mit Erdmännchen Top-Spion platzen. Erwirb oder verbessere ein neues Spezialgebäude. Ja gut, das könnte ich machen, da kriege ich wieder einen Supermonkey. Mhm. Und, äh, epischer Blumenplatz, er lässt 250.000 Bloons platzen. Da kriegst du zum Beispiel 200 Marki-Dollar. Genau. Ja, und, also, sag mal, ich könnte mir ja eigentlich mal schnell, kaufe ich mir doch einfach schnell diesen Reisnagel-Ding da, ne? Zack. Da müsste ich doch die Quest jetzt abgeschlossen haben, genau, Dankeschön. Weil ich meine, ansonsten, du machst ja nichts großartig mit diesen, oben, ganz oben in der Mitte, siehst du quasi, was du schon für Errungenschaften hast. Ja. Da kann man zum Beispiel auch... Ja, da habe ich noch gar nichts, also. Kannst du da unten auf Bestenliste dann Freunde... Ja, der Chris ist ziemlich nah an mir dran, aber immer noch wesentlich schwer, also, was heißt wesentlich 700.000 Punkte unter mir. Ja, guck, du bist natürlich bei 8.000, gut, du hast erst angefangen, aber... Ja. Hm, zu dritt geht's ja auch nicht, oder? Ne, leider nicht. Ich finde es aber auch ziemlich cool, ähm, hier gibt's mega viele, ähm, Optionen, also, äh, Modis. Mhm. Es gibt halt dieses Odyssean, das ist halt so eine Reise, da hast du, ähm, vorgegebene Maps und du hast bloß drei verschiedene Türme zur Auswahl, mit denen du, äh, kämpfen darfst. Das ist ziemlich cool und du kriegst danach, kriegst du ziemlich viele Goldmünzen und Monkey-Dollar, wenn du das schaffst. Dann gibt's halt diese Tagesherausforderungen, Spezialaufträge und was ich wirklich ziemlich lustig finde, wenn du auf normale Spiele gehst, aber das kannst du noch, äh, lange nicht. Hier eben dann das Platzkonzert, ist, ähm, neben schwer, da hast du nur ein einziges Leben und musst auch 85 Runden überleben. Oh. Kriegst aber eben, da kriegst du aber ewig viele Monkey-Dollar dafür, wenn du das schaffst. Mhm. Dann gibt's halt die Ab-, äh, die Platz-Apokalypse, äh, was war bei der, da glaube ich, hast du bloß so und so viel Dollar und musst halt dann einfach schauen, wie lange du überlebst. Und beim Luftablassen, glaube ich, auch, also da gibt's halt so verschiedene, starte mit 15, also Luftablassen, starte mit 50.000 Dollar, während des Spiels kannst du kein Geld dazu verdienen, du startest in Runde 30 und Bananenplantagen und andere Fähigkeiten, mit denen sich Geld verdienen lässt, sind deaktiviert. Wie weißt du, wirst du es schaffen? Das zum Beispiel. Und dann die Platz-Apokalypse. Äh, wenn du einmal begonnen hast, kannst du nicht mehr stoppen. Bloons werden kommen. Ach genau, das ist einfach, ähm, endlos. Also da starten die, äh, rauschen einfach durch. Achso, ohne Runden-Ding dazwischen, sondern einfach wirklich ganze Zeit. Ah ja, ist aber auch cool eigentlich. Ja, aber da glaube ich musst du, aber da glaube ich musst du, äh, level 45 werden oder was dafür. Oh, das dauert man. Ja, ich bin jetzt auch um 40. Mhm. Aber das hat schon auch ziemlich lange dauert. Okay. Ja, also, ich find's. Zehn Euro sind für das Spiel, find ich, in Ordnung. Das ist okay, ja. Also das kann man sich auf jeden Fall besser eingehen lassen, als so manch anderes Spiel, das wesentlich mehr kostet. Ähm, besser kommt. Ähm, boost. Ja, da, ich hab mit einem Arbeitskollegen von mir letztens geredet, der hat gesagt, es ist an sich cool, aber... Loopbox. Äh, 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 äh. Nee, also... Ja, aber das Thema, das ist mittlerweile auch schon so durchgehauen und... Ich kenn mich da jetzt auch sonderlich nicht aus, weil ich das eben auch nicht spiele und, aber, naja, und ich würd sagen, damit belassen wir's bei der ersten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, danke fürs Vorbeisein. Kein Problem, immer wieder gerne. Hoffe, hoffe bald wieder. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, haut rein, schönen Abend, ciao.